Seit 1990 wurden aus Deutschland über eine halbe Million Menschen abgeschoben. Die Polizei kommt fast immer unangekündigt, um ein Abtauchen zu verhindern. Meist nachts zwischen 4 und 5 Uhr mit einem ganzen Pulk von Beamten. Die Abzuschiebenden haben nur wenige Minuten, um das Nötigste einzupacken. Deportationen im Schlafanzug sind keine Seltenheit. Und trotz des grundgesetzlich verankerten besonderen Schutzes der Familie werden Eltern von ihren Kindern getrennt, Frauen von ihren Männern. Bekannt wurde der Fall der Familie Gazale. Während der Vater die beiden minderjährigen Töchter in die Schule brachte, wurde die schwangere Mutter zusammen mit ihrem einjährigen Baby in die Türkei abgeschoben. Um eine Ausweisung sicherzustellen, können Flüchtlinge auch in Abschiebehaft genommen werden, bis zu 18 Monate. Es ist die einzige Haft, die angeordnet werden darf, ohne dass eine Straftat vorliegt. Die Kosten für Abschiebehaft und Abschiebung werden den Flüchtlingen in Rechnung gestellt und bei einer eventuellen Wiedereinreise verlangt. In der Regel mehrere 10.000 Euro. Eine spätere, durchaus rechtlich mögliche Familienzusammenführung oder auch nur der Besuch von Hinterbliebenen, Eltern, Ehepartnern oder Kindern wird damit wirksam unterbunden. In den letzten 20 Jahren begingen über 170 Flüchtlinge angesichts ihrer drohenden Abschiebung Selbstmord oder starben bei dem Versuch, vor ihrer Ausweisung zu fliehen. 32 Flüchtlinge kamen nach der Abschiebung zu Tode. 562 wurden vom Polizei oder Militär misshandelt und gefoltert. 71 Flüchtlinge verschwanden nach ihrer Abschiebung spurlos. 72 Flüchtlinge kamen nach der Abschiebung.